Sehr geehrte Damen und Herren, ich spreche heute zu Ihnen nicht nur als Bundesgeschäftsführer der MFG Österreich, sondern insbesondere als Landessprecher des Bundeslandes Salzburg. Ich habe Dr. Michael Brunner im Rahmen der Gründung des Außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses kennengelernt und gemeinsam haben wir im Februar 2021 die MFG Österreich ins Leben gerufen. Nicht als Partei, sondern als Bewegung in eine neue Zeit, die einen neuen Weg vorgibt. Ich habe Michael Brunner dabei als Visionär, als Wegbereiter und als unglaublich mutigen Menschen kennenlernen dürfen, der sich für die Menschen in diesem Staat in unserem wunderschönen Land Österreich einsetzt. Ich kann mir keinen besseren Bundespräsidenten als Dr. Michael Brunner vorstellen. Daher bekommt er meine volle Unterstützung jetzt bei den Unterstützungserklärungen und am 9. Oktober bei der Wahl zum Bundespräsidenten der Republik Österreich. Wir brauchen wieder einen Menschen, der diesem Amt die notwendige Würde und die notwendige Aufrichtigkeit verleiht und der nicht nur von der Schönheit der Verfassung spricht, sondern auch genau weiß, was mit dieser Verfassung zu tun ist. Daher Dr. Michael Brunner.